ohne ender perle oh mein gott nein herzlich willkommen zurück auf meinem kanal steve play wieder zu techworld 2 es war sehr lange her dass ich ein video gemacht habe dass der grund war da ich ja weihnachten und über neujahr und so weg war und als ich dann wieder zurück kam dass ich dann krank war ich bin ja nicht jetzt noch ein bisschen krank aber ich hatte einfach bock um zu aufzunehmen und darum kann es lange kein wie das wird mir sehr leid aber hoffe ich könnte das verstehen zeigen jetzt in der zukunft wieder regelmäßiger videos kommen und mit anderen lesbians wie die lucas rp oder anderen keine ahnung und ja ich finde euch allen noch ein gutes neues jahr und ich hoffe ihr habt euch gute vorsätze genommen das thema ganz wichtig ne so wir waren hier stehen geblieben ja hier bei unserer guten dings da unser feld ist einfach voll unser feld ist einfach mal voll also ich wollte mir ja jetpack machen aber für das brauche ich gold da halt ich würde sagen wir gehen in eine höhlen tour bereich dieses fleisch habe ich hier noch fleisch m m m nein wofen habe ich auch ganz hier ist recht nicht hier habe ich noch weizen zum aberrn ja ein stück nur geht schon packe ich ihn noch dahin und kraft mir schnell ein brot spitze habe ich ein schwert habe ich dings habe ich schaffe mache ich eh gar nicht da würde ich sagen gehen in eine höhle und schauen da mal weil ich brauche ja diamanten also ich will diamanten holen damit ich kann ob sie diana bauen damit ich dann endlich ins nether kann bald für das nether mal ihm nether kann ich die los zu holen und close und brauche ich glaube ein chat pack war das schauen wir doch gleich schnell aah fail schauen wir doch gleich schnell nach chat pack elektrisches jetpack glow stone eben ich mache glowstone wie schon gesagt ja noch ein bisschen kupfer mitnehmen ja und ich hoffe ihr hattet einen guten rutsch ne also ich mir war alles ok und ja soll es endlich wieder weiter gehen es war scheiße ich komme nach haus und dann wurde ich dann krank und so und das zwar echt kacke aber jetzt kommt ähnlich wieder ein video und ja so gehen wir da mal weiter runter da sind wir stehen geblieben aber fackeln habe ich nur noch 10 stück da sind wir stehen geblieben ja was gibt es denn hier noch so was ist das denn nehmen wir auch noch mit die komische sachen hier so dann was das gut ist keine ahnung es gibt die einfach level und level kann man ja gut gebrauchen und verzauber ne also wieso sollte ich das nicht da bauen ja kommt das andere lasse ich mal jetzt noch mehr eisen und ja ihr könnt mir an die kommentare scherber was ich als nächstes hier in diesem projekt machen soll soll ich vielleicht also ich will jetzt erstmal noch ein chat pack also soweit machen bis ich das chat pack dann habe ja und dann ja was könnte ich als nächstes machen ich weiß es nicht könnt mir das mal in die kommentare schreiben und ich will die wir sind jetzt auf höhe sind jetzt auf höhe muss ich das schon wieder für 14 ok sagen ich genau die tier höhe eigentlich oh redstone geil das brauche ich nämlich auch wirst du nicht doch ganz wichtig vor dem haben wir auch nur noch ganz ganz wenig da darüber würde ich jetzt gerne mal da ist noch ein bisschen silber nehmen wir doch auch mal mit da um ein engliger vergessen dumm zu schalten wo es wird ich fast gar nicht gesprungen und ja in die seite zurück scheiß jetzt bin ich fast nicht gesprungen und dann werde ich tot gewesen so die quelle hier absteht das regt mich immer so auf in dem wasser hier drin ist kann man nicht richtig laufen und wird immer zurück gespult gespült und so ja die zombies und da kommt er auch schon nahe zombie stirbt hä truff oh mein gott oh mein gott oh mein gott eine zombie truffe geile scheiße ja geil nein 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 stirbt ich habe eine zombie truffe weiß ich gar nicht dass es das gibt ey echt nice oh mein gott da kommen so viele zombies so viele zombies bär bär hier irgendwo aus der hand zombies bohna von wo kommen denn die ganzen scheiß zombies ey geht mal weg oh mein gott das sollte man nie machen unter dem boden abbauen sollte man eigentlich nie machen aber ja ich bin jetzt hat er sich sogar eingegangen oh solche xp bische die sind geil die brauche ich die will ich die sind richtig geil da kann man immer so xp holen so wie das jetzt und das kann ich jetzt essen und es war so groß habt ihr das gesehen wie viel xp das gibt ja geil ich würde ein paar geile sachen gefunden auf diese kleinen höhlen tour so 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 und dann rösten haben wir auch schon ein bisschen ich höre wieder viele zombies und so weiter aha da haben wir keine fackeln mehr scheiße das ist ja nicht weniger gut das ist eigentlich weniger gut das habe ich eben vergessen fackeln mitnehmen weil klar dass ich das vergesse war ja glauben wir sind jetzt gerade level 30 geworden darum hole ich jetzt noch schnell das eisen ich hoffe ihr seht noch was ist dunkel aber ich habe die helikad auf hell darum sollte die das eigentlich sehen so nehmen wir auch noch alles mit keine ahnung was es das alles ist den busch nehmen wir auch noch mit und hier gibt es nicht mehr nehme ich die fackeln wieder mit damit ich noch ah jetzt noch ein bisschen eisen nehme ich doch auch noch gleich mit so und das war eigentlich glaube ich am pack das ist also nicht hatte gehen wir mal weiter in diese richtung hallo skelett hallo skelett oh mein gott noch ein skelett sterb ja dann platz sind wir doch mal hier gibt es ja richtig viel zeug geile scheiße geil 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 sohn ist und noch ein abbauen und dann ist die spitze kaputt habe ich ja zu glück das ist okay kann ich die aluminium keine ahnung was die bürger sind die nehme ich einfach mal mit und hier oh mein gott wir haben eine stimme ist noch ein bisschen angeschlagen wegen der kranker sonst also kranker wegen weil ich ein bisschen krank war und ja so mir ist ihnen aufgefallen ich sage immer so viel und ja viel zu viel lang keine ahnung wow keine ahnung wie soll ich das so viel zu sagen das ist einfach so gold 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 alles mitnehmen aber diamanten gibt es hier wieder keinen ne was einmal habe ich natürlich auch keinen dabei war ja klar muss ich noch ein bisschen abbauen das zeug hier oh mein gott oh mein gott gefällt noch mehr abbauen lappi lappi lazuli mitnehmen so hier hinten sind vielleicht irgendwo diaz das wäre so geil wenn ich diaz finde weil ich wäre ausrast und hat hier diaz hat es hier natürlich hat es keine diaz natürlich hat es keine diaz wahrscheinlich ich bin auf höhe oh mein gott ich bin hier auf höhe 11 das ist da nicht der höhe glaube ich aber da kann man sich ja darum streiten da will ich mal nichts sagen aber ich glaube das ist eigentlich der höhe wohnen wir uns mal hier schnell hoch tut aber ich also schon mal und das auch direkt wieder super ist hier direkt wieder ihr habt hier ist direkt wieder unser ausgang geil 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 ist alles super geil weil da können wir gerade rauf gehen das zeug mal sichern negativ später wieder aufgeben wenn nicht um wieder fackeln habe da ich nur so wenig dabei hatte was sehr scheiße war weil ich ja viel mehr braucht kurz was essen bevor ich ausgehe und dann so ein bisschen oh mein Gott oh mein Gott die trifft aber gut ne der kleine spaß die ja kommen da ich will ich will das skelett trophäe skelett trophäe beim somit ich feiere das total somit trophäe zum wie ich habe nicht dafür von dir oh mein gott oh mein gott ich bin das glatt trophäe skelett skelett so feiert man nennt jetzt schon wieder geklingelt wissen das sind zum bieten oh mein gott nach und sagen wir mal gott zum b somit bämm zombie hast du das verdient so unser haus sind dann schon ziemlich geil was finde ich und ein spinne trofäle es werde richtig geil spinne gestärben zombie oh mein gott wie viele endermans sollen wir gegen endermen kämpfen zuerst mal nen creeper kelm ich glaube aber mein schwert ist nein ja egal ohne ender perle oh mein gott nein das war ja klar ich mein schwert ist kaputt gegangen ich muss ja das zeug und zum glück spawn ich da und ich denke da ist ein verficktes scheiß hier oder irgendwo keine ahnung ich nehme jetzt das aus das verhaftet aber jula ich muss mein zeug holen endermen nein endermen sterben sterben ja verrückt wo ich mein ganzes zeug bitteschön was mein zeug ist alles weg also oh nein das kann ich nicht wahr sein mein zeug ist alles weg ich glaube nein bitte nicht die folge ist eigentlich schon zu Ende aber ich muss noch schnell die scheiße holen das kann ich es nicht sein das darf ich es nicht sein auf gar oh hier habe ich noch ein schwert das noch zwei schläge kaputt ist komm ja geil bleib draußen noch mal schnell neue schwerte kannst du wieder rankommen nein 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 ja komm komm ich schnell damit ich wieder spawnen das kann ich mir schnell das schwert nehmen und ihn richtig hart kill ne diese scheiß wichse komm jetzt wo ist er jetzt und jetzt ist ein kleiner bug nein das darf jetzt aber nicht wahr sein oh das war eine spitzhacke was mein zeug ist jetzt alles weg immer wenn ich sterbe das ist aber echt hart das wusste ich gar nicht oh komm was machen wir schon eine spitzhacke habe ich hier keine männer nein ich mache noch ein stick das ist jetzt echt verfickte scheiße kann man sozusagen sagen boah ich habe so viel geile sache so ein xp busch und so viel geile sachen darf ja nicht wahr sein ich hoffe wenn ich das abbauen das haben meine items rauskommen dass ich dann die items bekommen wenn ich so ein steiner bau kann ja vielleicht sein keine ahnung ich würde es mir ziemlich hoffen grab ja 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 ich habe gewusst das spiel lässt mich nicht im stich geil 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 gut aber ich würde sagen das war es für diese folge und es war wieder eine ziemlich geile folge finde fand ich ich wir haben so ein geile xp busch den platziert ich jetzt gleich oh den kann ich sogar passieren warte mal soll ich den in meinem Haus platzieren ja komplett sehen wir den im haus und dann sagen Türen schließen und aber ich sagen wir uns im nächsten Video wer noch diesen Park gefallen hat lassen wir einen Daumen nach oben da und Ciao und dann